Im Teams Manager haben Sie die Möglichkeit, Ihre Vorlagen für neue Teams mit benutzerdefinierten Metadaten anzureichern und darauf basierende Governance-Richtlinien auszuführen. Während des Anfrageprozesses für neue Teams können Sie Ihre Benutzer nach diesen Metadaten fragen und dann basierend auf den Angaben Governance-Richtlinien ausführen lassen. Um ein neues Metadatenfeld zu erstellen, öffnen Sie Teams Manager, gehen Sie zu den Einstellungen und unter 2, Informationen, wählen Sie Vorlagen. Wählen Sie eine Teamvorlage aus Ihrer Vorlagenübersicht und klicken Sie auf die drei Punkte. Klicken Sie auf Felder festlegen, um Ihr Metadatenfeld zu definieren. Sie können entweder bestehende Felder hinzufügen, die Sie bereits für andere Vorlagen verwendet haben, oder neue erstellen, indem Sie auf Felderstellen klicken. Wählen Sie den gewünschten Typ für Ihre Metadaten aus. Sie können zwischen Text, Daten und Personen wählen, Ihren Benutzern ein Dropdown-Menü zur Auswahl geben oder Ihnen eine Checkbox anbieten. In unserem Beispiel verwenden wir ein Dropdown-Menü. Geben Sie den Namen ein, füllen Sie die verfügbaren Optionen aus und geben Sie eine Beschreibung Ihrer Metadaten an. Um den Vorgang abzuschließen, klicken Sie auf Erstellen und dann auf den Aktualisieren-Button. Nach der Erstellung können Sie Metadaten für Ihre Governance-Richtlinien verwenden. In unserem Beispiel möchten wir die Metadaten als Präfix für unseren Teamnamen verwenden. Dazu öffnen Sie Namenskonventionen unter 3 Governance und klicken auf Namenskonvention erstellen. Geben Sie Ihrer Namenskonvention einen Namen und eine Beschreibung und wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Typ Metadaten. Wählen Sie nun das Metadatenfeld, das Sie für diese Namenskonvention verwenden möchten. Sie haben auch die Möglichkeit, Suffix für Ihre Teams zu erstellen oder Teams-Manager-Teamnamen automatisch generieren zu lassen. Wenn Sie mit Ihrer Namenskonvention zufrieden sind, klicken Sie auf Erstellen, um Ihre Änderungen zu speichern. Jetzt ist es an der Zeit, Ihre neue Namenskonvention in ein Richtlinienpaket aufzunehmen. Unter 3 Governance öffnen Sie die Richtlinien und klicken Sie auf Richtlinienpaket erstellen. Geben Sie Ihrer Richtlinie einen Namen und eine Beschreibung, wählen Sie ein Icon und definieren Sie die Namenskonvention und den Lebenszyklus. Anschließend müssen Sie eine Richtlinienausführung definieren, indem Sie ein Richtlinienpaket auswählen und die gewünschten Bedingungen hinzufügen. Wenn Sie eine detailliertere Erklärung zu Richtlinienpaketen sehen möchten, schauen Sie sich unser Video an, das in der Beschreibung verlinkt ist. Wenn Ihre Benutzer nun ein neues Team anfordern, wird das Metadatenfeld in den Anfrageprozess für unsere Vorlage integriert. Benutzer können dann die Grundinformationen des neuen Teams eingeben und auf Weiter klicken. Teams Manager wird Sie auffordern, das von Ihnen definierte Metadatenfeld für diese Vorlage auszufüllen. Sie erhalten eine Übersicht aller grundlegenden Informationen des Teams sowie eine Übersicht der Richtlinien, die angewendet werden. Dies war nur ein Beispiel von vielen. Benutzerdefinierte Metadaten bieten uns eine Vielzahl von Möglichkeiten. Passen Sie die Metadaten an Ihren Anwendungsfall an oder besuchen Sie unseren Blog, um mehr über die Möglichkeiten und Anwendungen zu erfahren. Passen Sie die Metadaten, um4-5-25-25-25-2500-2500-2500-2500. Vielen Dank.